Oder ist der Haken hier? Das kann natürlich auch sein. Er ist hier. Kann ich jetzt hier wieder... Kann ich hier wieder auffüllen? Ach so, jetzt ist es leer. Hm. Fühlt sich denn das wieder auf? Ich hoffe es. Naja, wir bringen mal die Harpune. Ich will... Ah ja, er kann rennen. Ich dachte gerade, er kann hier drin nicht rennen, aber er kann. Ich habe den Jaktipp. So, willkommen in der Werkstatt. Hier wird der Magnum Opus gebaut und angepasst. Die Kategorie Harpune ist mit der Missionsziel markiert. Gehe nun dorthin und montiere die Harpune. Machen wir. Ah, na na. Genug Schrott. Beschaffung. Standard Harpune. Bauen wir mal ein. Okay. So, wir haben eine Harpune installiert. Max hat genug Schrott gesammelt, um ein Rahmengitter anzubauen. Okay, dann machen wir das doch. Einbauen. Okay. Erfolgreich installiert. Was kann man denn hier noch so? Rahmengitter, Panzerung, Motor, Auspuff, Reifen, Aufhängung, Booster, Felgen, Abwehrstacheln. Nice. Kühlerfigur. Okay. Verzierung. Lackierung. Können wir da? Können wir da? Ne, können wir noch nicht. Oh, ich möchte aber. Schade. Karosserie haben wir jetzt auch nur die, ne? Richtig. Können wir denn schon verzieren? Auch nicht. Oh. Was ist das denn? Seitenbrenner? Nice, nice, nice. Das klingt alles ganz schön interessant. Freue ich mich schon drauf. Um eine Chance zu nehmen. Sie brauchen Nitrous. Ich weiß, wie. We'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the hub. Yes. But first... Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why it'll mean the end of you, me and the magnum opus. Alright. Let's do it. Ich muss also fahren. Okay. 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 Sorry, da musste ich gerade hüsten. Was ist das? Warum war da gerade so eine mutende Zahl? Wie viel ich noch zerstören muss? Wollt ihr den Harpoon für das? Die Leute! Haha, nice. Nice, nice. So, wie gehen wir da hoch? Hier wahrscheinlich. Nichts. Another vulgar monument to the car deviners! Tear it down! Geeks! Die Noeminis! The land is clear of staircrossing! The throne is camping before us. At our mercy! So, den Schrott holen wir. Oh, hab ich den da drüben mitgenommen? Da hinten ist auch noch was. Ich will immer E drücken, um einzusteigen. Mal schauen, was es hier noch gibt. Anscheinend Schrott. Wir sammeln jeden... Oh! Jeden Schrott. Oh, der ist aber falsch. So. Knockout. Was hat denn der noch schönst dabei? Schrott. Warum, frage ich auch. Was haben wir denn da? Nix. Aua. Aber das leuchtet doch. Nö. Okay, was haben wir denn noch? Hier muss doch noch was sein. Seht ihr das Lager vom Aussichtspunkt aus an? Es muss noch irgendwo Schrott sein. Wo ist denn der letzte Schrott? Hm. Ich sehe nicht. Ah, hier ist noch was. War das jetzt alles? Keine Ahnung. Und weder habe ich eh gedrückt. Kann ich denn hier runterfahren? Ja, kann ich. Da gibt's ne Schanze. Dann schauen wir uns das mal an. Let's see. Gates defended. Da ist doch noch einer. Wie komme ich wieder raus? Oh, da ist noch was. Ein Sniper. Die äußere Verteidigungslinie wird oft durch eine Vielzahl von Methoden geschützt. Wenn man sich einem Lager nähert, herrscht dort Alarm. Okay. Den treffe ich doch niemals von hier. Oh, ich wollte nicht runter. Ah, ich will springen. So. Oh, komm. Komm hoch. Hoch, 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 hoch. So. Gleich bin ich da. Oder auch nicht. So, jetzt. Und rein. Wie können wir den Sniper ausschalten? Hilfe. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Hilfe. Weird. Ja, bitte doch. Ja. Ja. Ja, jetzt wieder uns nicht. Ja. 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 Und ich denke, der muss dich leiden. Ja. 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 ich will eigentlich aussteigen ich habe keine munition oh Mist wie mach ich denn das? wie geht das nochmal, dass er repariert? es ist klar, jetzt die Gase So. Der wäre mal erledigt. Jetzt kommt Nummer zwei. Und jetzt ziehen wir das Ganze auf. Und nun? Müssen wir wohl so rein? Was? Was stand da gerade? Da stand doch was. Irgendwas mit G. Na sieh mal eine an. Da sind ein paar Freunde. Hm. Wenn du dich einem Varkreer näherst, schlägt er Alarm. Wenn er sich an anderen zeignt. Ich hab natürlich keine Munition. Alter. Bäm. Erstmal alles nehmen. Den erledigen wir doch gerne. Bäm. Bäm. Der ist ausgeschaltet. Der Varkreer ist weg. Sie haben nichts left. So. Erstmal gucken, ob wir hier noch Schrott haben. Kann ich da? Nee. Schade. Den Schrott haben wir wohl allen schon. Nein, haben wir nicht. Hier hat's noch ein bisschen. Oh. Hier müsste es ja noch einigen Schrott geben. Wahrscheinlich müssen wir eh noch weiter rein, weil hier hat's keinen mehr. Was? Hier. Ein Relikt. Ach du Scheiße. Max, wir vermissen dich. Komm bald zurück. Die Frau und die Tochter. Ah, jetzt kommen wir hier durch. Na, sieh mal einer an. Halt die Fresse. Na? Aua. Ich will gar nicht. Klettern. Oh. Der ist gut. Nicht mit mir. Alter, was ist hier los? Das ist ja Wahnsinn hier. Wir haben nur Schrott. Alter, ich höre kaum was. Ist das laut hier. Das ist ja der Wahnsinn. Komm ich da rein? Nein. Da ist nix. Hier können wir dabei sein. Ich suche Schrott. Ich suche Schrott. Erstmal hoch. Wir haben auch nix. Doch da haben wir Schrott. So, da haben wir auch noch was. Munition. Nice. Nicht viel, aber immerhin. So, wieder runter hier. So. Gehen wir mal hier runter. Hier ist es gerade wieder leise geworden. Aber ich höre Leute. Bei uns ja wieder. Ja, hier sind wir nicht. Hier sind keine Helik-Heroen. Kein Gott. Kein Geist. Kein Geist. There's only those who live, those who die, and those who stand in my way.